Wir geben dir die Möglichkeit, deine Leidenschaft zu entdecken. Denn die Lehre ist das Fundament deines Berufslebens und damit eine deiner wichtigsten Entscheidungen. Wir begleiten dich Schritt für Schritt durch unser Ausbildungsangebot. Die Föstalpiner Stil-Division ist eine der größten Lehrlingsausbilder Oberösterreichs und stellt jährlich rund 120 neue Lehrlinge ein. Bei unseren 22 Lehrberufen ist sicher etwas Passendes für dich dabei. Das Ausbildungszentrum ist die zentrale Anlaufstelle für unsere Lehrlinge und ihre Eltern. Wir stoßen dich natürlich nicht gleich ins Unternehmen, sondern bereiten dich 18 Monate lang ideal auf den Einsatz im Betrieb vor. Sehr vielseitig, selbstständig Arbeit, Weiterbildungschancen, super ausbildet, selbstständiges Arbeiten, gemeinschaftlicher Zusammenhalt und offenes Feedback liegen bei uns im Fokus. Denn wir rüsten dich nicht nur für die Lehrabschlussprüfung, sondern vor allem für die Arbeitswelt. Daher ist auch der Umgang mit neuesten Technologien, digitalen Mitteln und die direkte Anwendung im Betrieb besonders wichtig. Nicht nur deine Ausbildung, sondern vor allem du und deine persönlichen Bedürfnisse sind uns wichtig. In einem wertschätzenden und motivierenden Arbeitsumfeld fördern wir deine Talente und nehmen uns Zeit für deine Entwicklung. Perfekt für den Betrieb vorbereitet. Neben der Praxis den Theorieunterricht. Sehr sicherer Arbeitsplatz. Denn du bist unsere Zukunft. 99 Prozent unserer Absolventen starten ihre Facharbeiterkarriere bei uns im Konzern und darauf sind wir besonders stolz. Nutze den Tag der offenen Tür oder unser zweitägiges Schnupperpraktikum, um einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Wir beantworten gerne alle deine Fragen. Geh den nächsten Schritt und finde deine Leidenschaft.